I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you. Hattie McDaniel war eine Ikone in Hollywood und schrieb Oscar-Geschichte, als sie als erste Afroamerikanerin den Oscar erhielt. Trotzdem musste sie wie eine Kämpferin um jedes bisschen Erfolg kämpfen und ihr Leben wurde durch Skandale, Vorurteile und Tragödien verkürzt. Trotz allem blieb Clark Gable bis zum Schluss für sie da. Ihre Verbindung sorgte für Aufsehen. Es wurde getuschelt und getratscht. Aber was genau ist die Wahrheit über ihre Beziehung? Konnten sie trotz aller Widrigkeiten die Liebe entdecken? Oder war es vielleicht nur eine urbane Hollywood-Legende? In diesem Video erfahren Sie die Fakten über die Liebe von Clark Gable und Hattie McDaniel sowie über Hatties trauriges Leben und ihren Tod. Doch zunächst müssen wir die prägenden Erlebnisse verstehen, die Hattie zu der Person gemacht haben, die sie wurde. Frühes Leben Hatties Eltern, die am 10. Juni 1893 in Wichita, Kansas geboren wurden, waren ursprünglich Sklaven und kämpften noch lange nach ihrer Emanzipation. Ihre Familie erlebte eine Katastrophe nach der anderen, bevor Hattie geboren wurde. Obwohl sie nur sieben Kinder hatte, von denen Hattie das jüngste war, brachte ihre Mutter Susan insgesamt 13 Kinder zur Welt, von denen nur sieben überlebten. Schon damals war ihre Existenz ein ständiger Kampf. Die Familie war sehr arm und das Baby Hattie war unterentwickelt. Sie wog bei der Geburt kaum mehr als drei Pfund. Obwohl die Bedingungen schwierig waren, zeigte Hattie schon früh Anzeichen für ihre spätere Berühmtheit. Schon früh zeigte sie ihre angeborene Fähigkeit zu singen und zu tanzen. Ihre Mutter gab ihr manchmal einen Cent, damit sie aufhörte, weil ihre Auftritte trotz ihrer ärmlichen Verhältnisse so mitreißend waren. Doch 1914 traf Hattie eine Entscheidung, die ihren Lebensweg für immer verändern sollte. Aufstieg zum Ruhm. Damals arbeitete Hattie in einer Minstrelshow namens Carnival Company, die von ihrem Bruder Otis McDaniel geleitet wurde. Trotzdem machte sie weiter und hörte nicht damit auf. Nein, sie gründete zusammen mit ihrer Schwester Etta Goff die rein weibliche Minstrel-Truppe McDaniel Sisters Company. Auch wenn es wie eine kleine Verbesserung aussieht, war dies der Ursprung eines großartigen Konzepts. Denn Hattie trat mit einer bemerkenswerten Exzellenz auf. Sie verstand es, ihre elegante und kraftvolle Art voll zur Geltung zu bringen. Nachdem sie jahrelang ihre eigenen Minstrel-Darbietungen kreiert hatte, hatte sie ein Konzept, das sie zu einer legendären Schauspielerin machen würde. Sie begann, an einem gespenstischen Image zu feilen, das schließlich ihre berühmte Rolle der Mammy aus vom Winde verweht widerspiegeln sollte. Bevor sie jedoch zu einer großen Nummer wurde, musste sie einige wirklich schwierige Umstände durchmachen. Die schwierigen Tage begannen, als ihr Bruder Otis 1916 starb und ihre Gruppe in den Bankrott trieb. Plötzlich musste sich Hattie mit der kleinsten Nebenrolle begnügen. Sie experimentierte auch mit dem Radio und arbeitete mit Paramount Records an Aufnahmen. Sie war vielleicht die erste afroamerikanische Dame, die im Radio von Denver, Colorado, unter dem damaligen Orchester von Professor George Morrison sang. Sie kämpfte eine Zeit lang, bis etwas Unvorhergesehenes sie wieder nach unten drückte. 1929, das Jahr, in dem alles den Bach runterging. Als die Börsenkrise Hatties glänzende Unterhaltungskarriere über Nacht in Asche verwandelte, nahm ihr Leben eine erschreckende Wendung. Zu dieser Zeit arbeitete sie mit Florenz Ziegfelds Showboat-Tournee und als die Nachricht eintraf, stand sie völlig mittellos da. Wegen Geldmangels musste Showboat die meisten seiner Künstler entlassen, darunter auch Hattie. Erschwerend kam hinzu, dass sie nicht einmal in der Lage waren, die Heimreise der Künstler zu bezahlen. Sie blieb also mittellos in Milwaukee zurück, gefangen im Nirgendwo. Das war eine schlimme Situation. Da sie verzweifelt nach einem Einkommen suchte und keine andere Wahl hatte, musste Hattie eine schreckliche Entscheidung treffen. Sie nahm eine Stelle als Toilettenfrau im Nachtclub Club Madrid an und schluckte ihren Stolz und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten hinunter. Es war zwar nicht glamourös, aber es war ein gutes Gehalt. Hattie wartete ungeduldig auf diese eine Chance, ins Rampenlicht zu kommen, während sie an den Ständen des Clubs arbeitete. Als sie kam, änderte das alles. Der Club brauchte noch eine weitere Künstlerin, um das Konzert zu beenden, und in einer verhängnisvollen Nacht waren alle anderen Sängerinnen für den Abend gegangen. Natürlich ergriff Hattie mit ihrem St. Louis Blues Auftritt die Chance. Ihre Kollegen unterstützten sie, während das Publikum ausrastete. Das Angebot ihres Chefs, ihr einen Job auf Abruf anzubieten, kam nicht überraschend, aber sie ahnte nicht, dass dies der Beginn ihrer Reise zum Ruhm sein würde. Zwei Jahre später schlägt die Weltwirtschaftskrise zu und der Club Madrid wird geschlossen. Aber da sie ihre Lektionen gut gelernt hatte, war sie ihren Zeitgenossen dieses Mal weit voraus. Überzeugt davon, dass das wachsende Filmgeschäft ihre Fähigkeiten erforderte, packte sie ihre Sachen und bestieg einen Bus nach Hollywood. Doch die Realität traf sie hart, sobald Hattie in Los Angeles ankam. Sie bekam nur noch sarkastische Dienstmädchenrollen, am einprägsamsten im Radio als Hi-Hat-Hattie. Erschwerend kam hinzu, dass ihre Gage für diese Auftritte erbärmlich war. Sie reichte gerade aus, um die Kosten zu decken. Was hat sie also getan? Um über die Runden zu kommen, arbeitete sie als echtes Dienstmädchen hinter den Kulissen. Das war zwar schwierig und bescheiden, aber es war ihre Eintrittskarte zum Ruhm und ebnete ihr den Weg zum Durchbruch. Hattie McDaniels Legendäre Rolle damals, im Jahr 1937, fieberte Hollywood der Besetzung des von Produzent David O. Selznick erwarteten Meisterwerks vom Winde verweht entgegen. Jede weiße Frau wollte Scarlett O'Hara sein, jeder weiße Mann wollte Red Butler sein und jede schwarze Frau wollte Mammy, das Dienstmädchen der Dame, spielen. Es war ein harter Kampf und Hattie musste sich gegen keine geringere als die First Lady Eleanor Roosevelt behaupten, die ihr eigenes Dienstmädchen, Elizabeth McDuffie, für die Rolle vorschlug. Doch Hattie war nicht bereit, schnell aufzugeben. Obwohl die Chancen gegen sie standen, hatte Hattie ein paar Tricks in petto. Dank ihrer langjährigen Erfahrung in der Unterhaltungsbranche hatte sie sich ein Netzwerk starker Freunde geschaffen, die ihr zur Seite standen, wenn es darauf ankam. Manche glauben, dass Clark Gable, der die Rolle des Red Butler bekommen hatte, sie empfahl, während andere sagen, dass Hatties Bruder Sam die Hilfe seines Freundes Bing Crosby in Anspruch nahm, um Selznick davon zu überzeugen, sie auszuwählen. Das vielleicht denkwürdigste Ereignis war Hatties Vorsprechen, bei dem sie ein großes Zeichen setzte, indem sie in einem echten Dienstmädchenkostüm auftrat. Diese Aktion gab den Ausschlag und brachte ihr die legendäre Rolle der Mami ein. Sie hatte keine Ahnung, dass dies nur der Anfang ihrer Probleme war. Eine Rolle in Vom Winde verweht zu bekommen, war für McDaniel ein wahrgewordener Traum. Es war ihr erster großer Durchbruch und sie war zweifelsohne überglücklich. Doch dann traf sie die Realität wie eine Tonne Ziegelsteine. Viele schwarze Aktivisten waren verärgert darüber, dass sie nur dienende Aufgaben übernommen hatte. Sie sagten, sie tue nicht genug, um zu zeigen, dass Schwarze mehr können, als Dienstmädchen und Sklaven zu spielen. Aber was hat Hattie gesagt? Ich kann ein Dienstmädchen für sieben Dollar pro Woche sein oder ein Dienstmädchen für siebenhundert Dollar pro Woche spielen. Sie hatte Recht, aber es muss schwer gewesen sein, mit so viel Kritik fertig zu werden. Unerhörte Kämpfe im Rampenlicht. Nachdem die letzten Sequenzen von Vom Winde verweht gedreht waren, passierte dem Produzenten David O. Selznick etwas Wichtiges. Es war nicht die Größe des Films oder das starren Sombel, das das Publikum begeisterte, sondern Hattie McDaniels Darstellung der Mammy. Sie nahm den beiden Hauptdarstellern Clark Gable und Vivian Lee das Rampenlicht weg. Was für Hattie eine positive Erfahrung gewesen sein mag, entwickelte sich für sie zum Albtraum. Die Premiere des Films sollte in Atlanta stattfinden, doch es gab einen erheblichen Rückschlag. Die Rassentrennungsgesetze des Bundesstaates Georgia untersagten es den schwarzen Stars des Films, an der Veranstaltung teilzunehmen. Selznick versuchte, eine Ausnahme für Hattie auszuhandeln, aber das Studio weigerte sich, ihn zu unterstützen. Trotz der Niederlage hatte Hattie Unterstützer in der Branche, vor allem den Hauptdarsteller Clark Gable. Als er erfuhr, dass sie nicht an ihrem eigenen Debüt teilnehmen konnte, erwog er angeblich, es selbst zu boykottieren. Es hieß, dass Hattie ihn ermutigen musste, zu gehen, da sie nicht noch mehr Schwierigkeiten verursachen wollte. Hatties Abwesenheit wurde bei der Premiere jedoch nicht übersehen. Margaret Mitchell, die Autorin des Buches, auf dem der Film basiert, schrieb ihr ein aufrichtiges Telegramm, in dem sie ihr Bedauern darüber ausdrückte, dass sie die Ovationen nicht sehen konnte. Doch als der Film in die Kinos kam, hatte Hattie endlich ihre Chance zu glänzen. Es war der 28, Dezember 1939 und sie war in Hollywood, um ihr großes Debüt zu geben. Und dieses Mal war ihr Gesicht im Programmheft prominent zu sehen. Aber hier wird es noch besser. Nach der Veröffentlichung des Films wurde Hattie für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Damals war das eine große Sache. Sie war die erste schwarze Person, die jemals für einen Oscar nominiert wurde. Spulen Sie vor zur Oscar-Nacht im Jahr 1940. Hattie betritt den Saal und allen bleibt der Mund offen stehen. Sie sah aus wie ein echtes Aschenputtel, komplett mit Gardenien geschmücktem Haar und einem Kleid, das einer Königin würdig war. Dann kam der Moment der Wahrheit. Sie stellten die Kategorie beste Nebendarstellerin vor. Wen haben sie genannt? Hattie McDaniel. Sie wurde die erste schwarze Schauspielerin, die einen Oscar erhielt. Können sie sich die Gefühle vorstellen, die sie hatte, als sie dort stand, mit Tränen in den Augen und versuchte, ihren Dank in einer kurzen Rede zu übermitteln? Es muss überwältigend gewesen sein. Doch bevor wir uns zu sehr über ihren historischen Sieg freuen, sollten wir über die bittere Wahrheit sprechen. Im Coconut Grove waren Schwarze strengstens verboten und man ließ Hattie nur aus Gefälligkeit hinein. Aber es kommt noch schlimmer. Sobald sie drinnen ist, wird der Ballsaal abgetrennt und Hattie gezwungen, getrennt von ihrer vom Winde verweht Truppe zu sitzen. Die einzige Person am Tisch war ihr weißer Agent. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, beschließen ihre sogenannten Freunde nach der Zeremonie, für die Afterparty in einen Club zu gehen, in dem keine Schwarzen zugelassen sind, und lassen Hattie mit ihrem strahlenden neuen Oscar allein. Trotz ihres Triumphs auf der Leinwand war Hatties Leben ein täglicher Kampf gegen Diskriminierung und Vorurteile. 1942 unternahm Hattie einen mutigen Schritt und kaufte ein großes Anwesen mit 17 Zimmern in Sugar Hill, das auch als das schwarze Beverly Hills bekannt ist. Die reichen weißen Nachbarn in der Region sahen jedoch auf ihren extravaganten Kauf herab. Wie vorhergesagt, begannen sie, sich über die Immobilienpreise und die demografischen Veränderungen in ihrer Gemeinde Sorgen zu machen. Aber Hattie McDaniel gab nicht so schnell auf. Mit ihrem typischen Charme und ihrer Tatkraft mobilisierte sie einflussreiche Persönlichkeiten wie Ethel Waters und Louise Beavers, um sich gegen die Vorurteile ihrer Nachbarn auszusprechen. Zum Erstaunen ihrer Gegner zog sie vor Gericht und verteidigte erfolgreich ihr Recht, in dem von ihr gewählten Gebiet zu wohnen. Ihr Handeln war nicht nur ein persönlicher Sieg, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Aufhebung der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten. Laut ihrer Biografin Jill Watts bedeutete Hatties mutiges Auftreten das Ende dieser diskriminierenden Praktiken. Trotz der Anfeindungen und des Leids, denen sie ausgesetzt war, hatte sie einen treuen Freund, der ihr stets zur Seite stand. Clark Gable Hattie und Gable standen sich unglaublich nahe, so nahe, dass man sich zu fragen begann, ob ihre Verbindung mehr als nur Freundschaft war. Aber was war die Wahrheit über ihre Beziehung? Finden wir es heraus. Während Hattie mit den Herausforderungen der Rassentrennung zu kämpfen hatte, war Clark Gable für sie da. Und abgesehen davon, dass er sogar die Premiere von Vom Winde verweht boykottieren wollte, als er erfuhr, dass Hattie nicht teilnehmen durfte, zeigte sich ihre Freundschaft auch in ihren Mätzchen am Set. Einmal tauschte Gable Eistee gegen echten Brandy aus und sah zu, wie Hattie beim Drehen einer Szene einen großen Schluck nahm. Ihre Freundschaft hielt ein Leben lang, aber die Details ihrer Beziehung sind bis heute relativ unbekannt. Was wir wissen ist, dass Gable und Hattie trotz der damaligen Rassenschranken eine tiefe Bewunderung und Achtung für die Talente des jeweils anderen empfanden. Gable erkannte Hatties schauspielerische Fähigkeiten und setzte sich für ihre faire Behandlung ein, während Hattie Gables Unterstützung und Bereitschaft, den Status quo infrage zu stellen, zu schätzen wusste. Doch während sie keine Probleme hatte, gute Freunde zu finden, erwies sich die Suche nach einem Lebenspartner als ihre größte Herausforderung. Hattie McDaniels turbulentes Liebesleben Hattie McDaniel hatte ein Leben voller Herzschmerz und Enttäuschungen, besonders wenn es um Herzensangelegenheiten ging. Sie begann ihre Karriere in jungen Jahren und stürzte sich auch schon früh in die Welt der Romantik. Im Alter von nur 18 Jahren heiratete sie 1911 Howard Hickman. Ihre erste Ehe endete jedoch noch in einer Tragödie, als Hickman nur vier Jahre später verstarb und Hattie als junge Witwe zurückließ. Trotz des Schmerzes über den Verlust ihres ersten Mannes gab Hattie die Liebe nicht auf. Im Jahr 1922 heiratete sie George Langford, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Leider endete auch ihre zweite Ehe unglücklich, als George vorzeitig an einer Schusswunde starb, gerade als Hatties Karriere in Schwung kam. In den 1930er Jahren konzentrierte sich Hattie auf ihre Karriere, aber sie gab die Suche nach der Liebe nicht auf. In den 1940er Jahren lernte sie schließlich James Lloyd Crawford, einen Immobilienmakler kennen und die beiden heirateten im März 1941 in der Hoffnung, eine Familie zu gründen. Doch 1945 enthüllte Hattie ein schockierendes Geheimnis. Im Alter von 51 Jahren erwarteten sie und James ein Baby. Sie können sich die Aufregung vorstellen. Hattie ging aufs Ganze, kaufte Babykleidung und richtete ein Kinderzimmer ein. Aber mit der Zeit sagte ihr Bauchgefühl ihr, dass etwas nicht stimmte. Wochen verstrichen, ohne dass das Baby zu sehen war und Hatties schlimmste Befürchtungen wurden bestätigt. Sie hatte eine seltene Scheinschwangerschaft erlebt, bei der es sich anfühlt, als würde man ein Kind erwarten. Aber es ist gar kein Baby da. Das brachte ihre Welt zum Einsturz. Nachdem sie sich mit der herzzerreißenden Wahrheit abgefunden hatte, fiel Hattie in eine tiefe Depression und konnte ihre Ehe nicht mehr ertragen. Sie riss die Ehe ab und beendete sie mit James. Aber die Geschichte war noch nicht zu Ende. Hattie gestand später, dass es nicht nur das verlorene Baby war, das sie auseinandertrieb. James konnte mit ihrem Erfolg nicht umgehen und das belastete ihre Beziehung. Trotz des Herzschmerzes stürzte sich Hattie in die Arbeit und bekam eine Rolle in der erfolgreichen Radiosendung Boiler. Doch ihr Liebesleben nahm einen weiteren Rückschlag, als sie 1949 Larry Williams, einen Innenarchitekten, kennenlernte. Sie heirateten im Juni überstürzt, weil sie glaubten, dass diesmal alles gut gehen würde. Endlich hatte sie eine erfolgreiche Show. Das Geld floss und sie hatte einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch die Dinge gingen schnell den Bach runter. Nur fünf Monate nach der Hochzeit reichte Hattie die Scheidung ein. Die Trennung verlief chaotisch und Hattie sagte vor Gericht aus, dass sie die meiste Zeit ihrer gemeinsamen Zeit mit Streiten und Zanken verbrachten. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. In Hollywood kursierten Gerüchte über körperliche Auseinandersetzungen des Paares während ihrer hitzigen Auseinandersetzungen und der Tribut, den dies für Hatties psychisches Wohlbefinden forderte, war verheerend. Sie verlor ihren Appetit und nahm in nur zwei Wochen etwa zwölf Pfund ab. Aber der Gewichtsverlust war nicht das Einzige, was Larry sie kostete. Obwohl er sein eigenes erfolgreiches Geschäft hatte, gab Larry immer wieder Hatties Geld aus. Er war sogar so dreist, sie zu bitten, eine Reise nach Europa zu finanzieren. Hattie war damit nicht einverstanden und bot ihm sarkastisch 50 Dollar für ein Busticket nach Europa, Pennsylvania an. Aber so einfach war es nicht, ihn loszuwerden. Larry hörte nicht auf, nach Geld zu fragen. Er wollte auch Hatties Karriere managen und bestand auf einem gemeinsamen Bankkonto. Hattie durchschaute seinen Plan und machte ihm klar, dass kein Mann ihre Finanzen verwalten würde. Das Fass zum Überlaufen brachte Larry, als er versuchte, Hatties Karriere zu sabotieren. Es war eine schwere Zeit für sie. Voller Herzschmerz und Entbehrungen. Als sie zusammen waren, tat er alles, was er konnte, um sie zu Fall zu bringen, vor allem, indem er mit ihren Mitstreitern bei Boiler ein Drama anzettelte. Es war einfach schrecklich, gab Hattie zu. Ich konnte nicht einmal schlafen. Ich konnte mich nicht auf meinen Text konzentrieren. Leider hatte Hattie kein Glück beim Heiraten und scheiterte viermal. Und nach dem vierten Mal bekam sie nie wieder eine Chance, die Liebe zu finden. Gesundheitsprobleme und Tod von Hattie McDaniel Vor allem zum Ende hin hatte Hattie McDaniel einige Schwierigkeiten in ihrem Leben. Obwohl es sich als die Ruhe vor dem Sturm herausstellte, schien sich in den 1950er Jahren alles für sie zum Guten zu wenden. Nach den Dreharbeiten zu einigen Episoden ihrer Fernsehserie Boiler wurde sie krank und suchte einen Arzt auf. Sie erhielt eine schreckliche Nachricht. Sie hatte Krebs. Man konnte nicht mehr viel tun. Im Alter von 59 Jahren verlor Hattie 1952 den Kampf gegen die Krankheit und hatte einen letzten Wunsch. Sie bestand darauf, weiße Gardenien im Haar und in den Händen zu haben, kombiniert mit einer weißen Gardeniendecke. Sie wollte in einem weißen Sarg mit einem weißen Leichentuch beerdigt werden. Auch wenn es ungewöhnlich erscheint, gibt es einen legitimen Grund für diesen Wunsch. Denn Hattie hatte an dem Abend, an dem sie ihren Oscar erhalten hätte, Gardenien im Haar und auf ihrem Kleid getragen. Für sie war das von großer Bedeutung. Ihr Nachlass tat sein Bestes, um ihre Wünsche zu respektieren. Aber auf eine Sache hatten sie keinen Einfluss. Als sie darum gebeten hatte, auf dem bekannten Hollywood Forever Cemetery begraben zu werden, war der Friedhof nach Geschlechtern getrennt. So musste sie einen Kompromiss mit Rosedale, ihrer zweiten Option, eingehen. In ihrem Testament vermachte sie auch ihre Oscar-Plakette der Howard University, einer historischen schwarzen Universität in Washington, D.C. Trotzdem war es nicht einfach. Zunächst forderte das Finanzamt ihren Oscar wegen ihrer Schulden ein. Dann, nachdem der Preis endlich in Howard angekommen war, verschwand die Plakette in den 1960er oder 1970er Jahren und ist bis heute verschwunden. An diesem Wochenende wird Hattie McDaniels lange vermisster Academy Award in einer besonderen Zeremonie endlich zurückgegeben. Doch trotz all des Leids hat Hattie uns einen letzten Scherz hinterlassen. Selbst im Tod hat sie uns mit einem letzten Witz zum Schmunzeln gebracht. Mit Larry Williams war Hatties Beziehung wie eine stürmische See, voller Turbulenzen und bösem Blut, das noch lange nach ihrem Tod nachwirkte. Sie hinterließ wirklich ein nicht sehr schönes Andenken an ihre turbulente Ehe. Hattie entschied sich in ihrem Testament dafür, Larry Williams ein winziges Geschenk zu machen, um sich an sie zu erinnern, den stolzen Betrag von einem Dollar. Tausende von Freunden, Bewunderern und Trauernden bekundeten bei Hatties Beerdigung ihr Beileid und erinnerten damit an einen großen Verlust. Hatties Vermächtnis. Ein Denkmal für die Kraft des menschlichen Geistes wird immer in Erinnerung bleiben. Ihr Einfluss auf die Unterhaltungsbranche wird die nächsten Generationen immer inspirieren und ihnen Hoffnung geben. Was denken Sie über Hatties Reise? Lassen Sie uns wissen, was Sie denken, nachdem Sie dieses Video gesehen haben. Wenn es Ihnen gefällt, unterstützen Sie mich bitte mit einem Kanalabonnement-Button. Wir sehen uns in den nächsten interessanten Sendungen wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020